Ich brauche nur ein Gap und ein Opfer, den hätten wir zuhaar, aber da ist er noch. Nice, die viel zwei Gaps. Hallo! Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu Turo 2 mit alle. Servus. Wir schauen drauf in 3, 2, 1, go. Die Leute, die wir snipen wollen, die sind leider nicht da. Die haben keinen Bock mehr. Steve, ich habe arm 22 eisen. Warum schreibt es nicht? Schreibt high und schreibt es nicht. Hä? Warte, schreib mal bitte rein. Ja, warte mal, wo in der Discord-Gruppe? Nein, warte. Du, ich habe das Hayek gesehen. Hä, wo hast du mehr eisen hin? Hast du mehr eisen, Steve? Nein. Alles klar. Ich darf mal weiter ein bisschen, sonst finde ich noch etwas schönes. Ich nehme noch ein bisschen eisen mit. Ich baue ja noch einen Ambus. Viele eisen hast du? Ja, ihr habt zwar 20 oder 10 sind irgendwie weg. Bööööööö. Außer du hast dich aus dem Ofen raus, ich nehme nun. Gib mir mal dein eisen bitte. Ja. Und 7 kann ich noch nicht schmelzen. Reicht schon, glaube ich. ja sie war der loch ja ja wir haben ja für 11 kurz noch wo ich vielleicht finde ich was du hast zaubert jetzt kannst du hier bleiben ja ich brauch drei eisenfolgen ja ich suche gerade mein inventar aus die ps haben wir das eisen hast du also wie den ganzen items kriegt Ich krieg nichts. So, hoffen wir mal, dass es die wollen. Ich hab Verbrennung, ich darf es aber nicht nutzen. Maa, stimmt. Ups. Dias, nice. Echt? Ja. Schaut es so aus, ob wir cheated haben. Irgendwie. Mein 3. Mein, Steve. Achso, ja, störe ich jetzt. Nein, nein, nein. Ach, kommt schon, ey. Wir wollen doch einfach nur fighten. Alex, spawn. Ich hab 6 Dias, Steve. Was machen wir damit? Machst du dir Füße? Oder machst du dir Helm? Aber lauf zu, wir müssen zum Spawn. Ich könnte mir ein Dierschwert machen. Oh, du mit deinem Scheiß Dierschwert. Komm jetzt hoch. Echt? Kommandär oder nicht? Ja, ha. Deswegen hab ich ja gesagt, ob du kommst. Achso, ja, dann komm ich auch hier. Mehr Diers find ich jetzt wahrscheinlich. Wie oft hab ich jetzt gesagt, dass er hochkommt? Oft, oder? Hebe Diers an, vorne gehst du dir. Was willst du, machst du dir jetzt? Machst du den Helm oder Schuhe? Helm, oder? Alex, wo bist du? Ja, dann hab ich blöden Items gekriegt. Du musst noch weiter verzaubern, oder? Oder bist du ready verzaubert? Nee. Ja, dann go. Mach Eier. Brauchst du ein Dier? Was ist mit einem Dier? Bei beiden. Was hast du für ein Schwert, Alex? Schaub 1. Na mach dir Schaub 2. Hier hab ich noch 2 Eier. Steepi kann die Bot 1, Hermgen. Ja, mach ich mir Bot 2. Leck ab nochmal. Leck, brauchst du die Dinger? Ja, die brauchst du wahrscheinlich ohne nehmen. Das kostet es mehr Level. Ja, kostet weniger. Ich bau deine Öfen ab. Warte mal, mach mir noch ein paar Iron Schwerte. Hast du noch Iron? Alex, Iron 2 reicht. Ich hab auch keine Level mehr. Ich hab 10 Level. Ja, mach hin. Ich steh hier nur blöd rum und warte auf dich. Ja, hast du noch Iron? Ja, ich hab dir noch Iron später 3 Stück hingeworfen. Eben nur 1 gekriegt. 3 Stück. Glaub ich nicht. Ja, die sind nicht mal losgelaufen. Ich hab 3 Stück. Hm. Dann verabschieden wir uns hier mit aus dem... Na, Steve, jetzt da. And fight machen wir schon. Ja, die wollen ja nicht. Ich... Ich... Ich farm jetzt hier... Ich farm jetzt hier keine 12 Folgen, Alex. Yo... Was machen wir jetzt da? Ja, komm, hoch. Dann könnt ihr noch Bots boten. Egal, komm mit. Hast du einen Amboss? Ja. Okay. Du brauchst noch Wasser? Na, einen Wassereimer habe ich sie über. Ich baue mich jetzt hoch. Warum baue ich eigentlich mit einer Steinbütter ab, wenn ich mit Diabütter habe? Ey, wir sollen irgendwo hinlaufen, Steve. Ja, ich weiß. Steve, wir können doch Bots zwar Diaboots machen. Aber... Ah, na geht's eh nicht von Rapper aus. Seht mal ganz. Rägnet. Minus 100, 0. Also in die Richtung. Steve... Sag gleich einfach mal, wenn ihr soweit seid. Ich müde mich so lange dafür. Ja. In die Richtung, Alex. Steep, wir haben nicht mehr als 6 Gurt, gell? Egal. Das ist doch Minus... Was? Minus 100? 500? Sollten wir da hinkommen? Keine Ahnung. Wow, was mache ich? Weiss ich nicht. Jetzt rein wir wieder zum Spawn. Ey, ich habe keine Ahnung wo ich hinlaufe. Ich glaube hier rüber jetzt. Hm? Ja, hier rüber. Minus 100, 500. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Das war in die Gegenrichtung, oder Steve? Hm. Ne, passt schon an die hier. Ey, Steve finde ich nicht mehr. Alec, ich lauf einfach nach Koordinaten. Ja, das ist in die Gegenrichtung, oder? Ja, Alex, Minus 100 und 500, 100. Ja, das haben... Gar nicht, oder? Ich bin genau falsch. Ja, genau in die andere Richtung. Hm. Man. Ja, sag ja. Ja, dann lauf du. Ich komm. Ja, siehst du meine Blöcke? Meine Dorit Blöcke? Ja, die Unkuhlen. Nein, ich muss essen. Da ist der Burgpinch. Alex, wenn du siehst, drehe rum und lauf in die andere Richtung. Ist ein H. Ich bin am Spawnen. Du? Ich bin schon minus 160 und 140. Ja. Ey, nur noch 1 Minute, Steve. Darf man nicht. Wir müssen nur in der Nähe sein. Wir müssen nur in der Nähe sein. Ich hab halt nicht. Ey, wie lange haben wir noch, Steve? Wir haben noch 7 oder 8 Minuten. Sind da. Oh, dennoch 20 Sekunden, das geht's nicht aus. Was? Ich gebe ihm das Lauf oder so. Ich gebe ihm das Lauf oder so. Ich gebe ihm das Lauf oder so. 5 Sekunden, das geht nie aus. Alex? Ja? Ja? Ich hab sie gesehen. Echt? Die haben sich hier ausgelockt. Ich hab's einen Tempel angefunden. Da ist ein Goldblock in der Mitte. Alex kommt zu mir. Ich hab einen Goldblock gekriegt. Alles? Ja? Ja? Dann will ich einfach mal mehr bewegst. Ja, wohin denn? Wenn die jetzt gleich wieder drauf schauen, bin ich down. Wohin, Steve? Minus 116 und 344. Minus 100. 344. Minus 100. 344. Boah, diese Wichser. Voll dir. Ja, weil die jetzt 100 Jahre mal dumm grenzt sind, weil sie nicht snipen wurden. Ah, ich bin dumm gesehen. Nice. Sieg dich. Die IP hat einen guten Opfel noch übrig, wenn man einen Opfel kriegt. Hm. Egal. Alex kommt hoch. Oder ich komme runter. Die haben sich da ausgelockt, wo du stehst. Bleibt's. Sollen wir die spawn trappen? Ja. Dann müssen wir aber alles unten drunter abbauen und wenn die joinen, bauen wir einfach den Boden weg. Okay. Weiß nicht, ob wir das dürfen. Wir, Leute. Sorry, Leute, für die ständig unterbrechen. Wie lange haben wir noch? Ey, was ist gut? Eine Minute und 39. Hier sind die. Hier kommt die. Alex, da ist ein Apfel. Da ist ein Alex. Alex, da ist ein Apfel. Da. Jo. Hast du eine Workbench? Ja. Hast du noch A Gold? Nein. Ich habe 5 ungebratene Gold. Aber du hast doch neun Stück. Klar. Danke. Ich habe noch 7. Steve, brauche doch mal Deins da. Ich habe keine Kohle. Was ist deine? Wow, der ist ja auch nicht heißen da. Sind doch irgendwo Apfel? Nein. Das sind ein paar Lollis, Alter. Hm? Ich hasse solche Leute, die nicht mal einen Strike in Kauf nehmen. Ich hasse solche Leute einfach nur. Hehehe. Es ist doch so. Stimmt, ey. Dann nimmt man lieber einen Strike in Kauf und fightet, oder? Ja, haben wir schon mal so gemacht, glaube ich. Ja, jetzt haben wir nicht nur einmal so gemacht. Ja, das machen wir die ganze Zeit. Bleist doch auf den einen Strike. Stimmt, ey. Ich brauche noch ein Opfer, den hätten zu wollen. Ja, da ist er noch. Ja, da ist er noch. Hehehe. 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 Nice, Steve, ihr habt zwei Gaps. Hm, super. Das sind solche Affen, ey. Nimm das mit. Hehehe. Was? Stimmt. Nein! Hehehe. Oh, eine sinnlose Folge. Das Projekt ist wieder total Käse. Die, wo wir snipen wollten, haben aufgehört mit dem Projekt. Jo, stimmt leider. Die werden einfach gekickt, obwohl man in der Distanz von 30 Blöcken nicht gekickt wird. Hehehe. Hehehe. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ja was wir sagen. Gut Leute, das war's mit der Folge. Haut rein und ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. 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 Bye-bye!